Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Graf Gerhard von Straßburg, der gemeinsam mit seinen drei etwas jüngeren Brüdern in seiner Straßburger Grafenburg lebt. Fast alles Junggesellen, aber das wird sich demnächst ändern. Ja, und unser Gerhard ist eigentlich sehr von sich eingenommen, hatte aber gerade einen sehr schlechten Tag. Ja, ein schmähliches Erlebnis liegt hinter ihm. Er wollte dem Kaiser huldigen, musste sich dazu sogar überwinden, denn er macht das nicht gern. Er fühlt sich eigentlich mit den Großen des Reiches auf einer Ebene, ist klar. Aber bei dieser Huldigung ist etwas schief gegangen, er ist gestolpert und hat sie zum Gespött des Hofes gemacht. Und ich glaube, dass alle dort über ihn gelacht haben, das macht was mit ihm. In Irrsgeheim ist er, glaube ich, ziemlich in seinem Stolz getroffen und sein Verhältnis zu Kaiser Heinrich IV. wird sich dadurch jetzt nicht unbedingt bessern und zum Hofe an sich auch nicht. Er hatte ursprünglich vor, dass er vielleicht mit dem Kaiser irgendwie eine Beziehung aufbaut, versucht zumindest, indem er ihn beeinflusst. Aber versucht zu beeinflussen, natürlich nicht auf unterwürfige Art und Weise. Das käme für ihn nie in Frage, aber schon irgendwie sich da als Gleicher unter den Großen fühlte. Aber ich glaube, über diesen Schatten kann er jetzt nicht mehr springen. Für ihn ist das jetzt erstmal verbrannte Erde und er wird sich an andere halten. Und ich denke, interessant ist für ihn hier das Dynastieoberhaupt selbst, Herzog Berthold von Kärnten. Ein 47-jähriger Mann. Ich denke, wenn wir hier eine Beeinflussung versuchen, dann ist das auch in unserem Sinne. Also schreiben wir hier mal kurz den Kaiserhof erstmal etwas ab und orientieren uns ein bisschen in die Provinz und in die Verwandtschaft. Vielleicht behandelt man uns da etwas besser. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten, denn es ist nochmal in den Akten studiert worden, wie das Ganze ist mit dem Hausoberhaupt im Unterschied zum Dynastieoberhaupt. Ich sagte ja, dass hier die maximale Militärstärke relevant hat. Aber nein, offenbar wird die ganze Sache vererbt. Denn wir sehen hier, wir sind aktuell Erbe des Hausoberhauptes. Und das kommt deshalb, weil Gräfin Adelheide wiederum natürlich nicht matrilinear verheiratet war. Und ihr Sohn, also ihr eigentlicher Erbe der Grafschaft, ihr Sohn ist Graf Adalbert von Ansbach aus dem Hause Kalf. Das heißt, das wechselt in ein anderes Haus und das wiederum bedeutet, dass wir damit das Hausoberhaupt werden. Davon können wir uns jetzt erstmal nicht viel kaufen, weil wir dann auch keine anderen Hausmitglieder haben, die irgendwelche Macht haben. Aber immerhin, und ich glaube, das ist für seine Arroganz ein relevanter Faktor, ist das das Gründungshaus, dem wir dann vorstehen werden. Und aus diesem Grund käme er auch nicht auf die Idee, einen eigenen Zweig zu gründen, wenn er schon Teil des Gründungshauses ist. Insofern wiederum bedeutet das, dass wir unser Geld vielleicht auch anders ausgeben können. Nicht für Kasernen, vielleicht eher für Jagdreviere, um unsere Finanzen etwas zu stärken. So, wir gucken mal aber nach diesem Ereignis am Hofe, ob da jetzt was passiert. Ja, es passiert was. Liederliches Verlangen kommt auf. Ja, und an dieser Stelle, das ist auch ein Teil meiner Hausregeln, entscheide ich nicht nach Charakter, sondern weil das so Extremsituationen sind, werde ich das immer auswürfeln. Wir schauen mal, was hier herauskommt. Ich würfle eine Eins und das bedeutet, ein Ausflug ins Freudenhaus verschafft mir Erleichterung. Wir halten damit die Eigenschaft Liederlich. Reduziert unsere Diplomatie, erhöht unser Ränkespiel. Aha, immerhin, Anspannungsverlust verbessert sich, wenn wir Anspannung verlieren. Anziehungsmeinung von Charakteren allgemein geringer. Gerhard verbringt so viel Zeit im Freudenhaus, dass es zu seinem zweiten Zuhause geworden ist. Okay, das heißt aber, wir werden jetzt nicht irgendwie lüstern in dem Sinne, sondern immer wenn wir gestresst sind, gehen wir ins Freudenhaus. Nun ja, leider gibt das keine eigene Aktion dafür, aber okay, wir verlieren immerhin etwas Anspannung. So, damit sind wir also Liederlich. Mal sehen, was unsere zukünftige Frau dazu sagt, wenn sie davon hört. Eine Sache ist noch, wir sind jetzt bei Anspannung 105. Ja, und zwar gibt es ja diese wunderbare Sache mit dem Hauptsitz entwickeln. Ach so, Komplotte vorantreiben haben wir auch noch, genau. Das könnte man vielleicht auch direkt mal machen. Ja, wenn wir ungeduldig sind, können wir halt nur alle fünf Jahre machen. Aber ein Ungeduldiger würde sich das ja nicht aufsparen. Insofern, Leute, machen wir das mal. Es heißt jetzt oder nie. Das bedeutet, wir haben Fortschritt in diesem Komplott, das jetzt nicht allzu wichtig war, wie ich zugeben mag. Wie auch immer, ich wollte eigentlich über dieses... Ach, schaut mal, doch, wir haben... Meine Güte, wir haben eine Entscheidung, Freudenhaus besuchen. Das ist ja großartig, kostet uns 15. Allerdings, allerdings, liebe Leute, 15 Gold ist unser Jahreseinkommen. Was ist das für ein Freudenhaus? Also, bei allem Verständnis dafür, denke ich, da sollten wir nun sehr, sehr, sehr zurückhaltend sein, weil als kleiner Graf ist unser Einkommen erbärmlich. Wirklich erbärmlich. Ja, in diesem Zusammenhang die Frage Hauptsitz entwickeln. Das Problem ist, an sich ist das eine tolle Sache, gerade für fleißige Charaktere, aber nicht gut im Sinne hier für der Anspannung. Boah, 92, das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Ich würde sagen, wir machen das so lang, also Anspannung würde bei Ihnen ein großes Thema werden, bis wir auf Anspannungsstufe 3 sind. Und wenn das passiert, dann werden wir Hauptsitz nicht entwickeln. Also wir müssen das schon so ein bisschen in der Balance halten. Ich denke nicht, dass er jetzt quasi im Prinzip Selbstmord aufgrund des Fleißes hier begeht. Das wollen wir auch nicht forcieren. Aber wir können schon ein bisschen an die Grenzen gehen. Also, insofern machen wir das mal. Sorgfältige Planung. Führt erstmal jetzt noch nicht zu einer Krise, aber wir stehen wieder kurz davor. Wir gucken uns aber kurz mal den Modifikator an. Das interessiert mich. Okay, wir sind jetzt bei 0,9. Ja, es ist nicht so relevant. Ich glaube, vorher waren wir bei 0,6. Naja, doch, die Steigung schon. Okay, ja, alles klar. Gut, so weit, so gut. Wir haben jetzt erstmal das Bündnis mit Berthold von Kärnten aufgrund der Verlobung von Albrecht und Richinze ausgezeichnet. Hervorragend. Dann haben wir das Bündnis mit Graf Arter von Leiden, weil wir selbst uns mit... Nee, Quatsch. Das ist noch eine andere Geschichte. Bruder Bruno. Warte mal. Richtig, genau. Hier, das ist es. Ida, genau. Die kommt doch aus der Ecke. Die andere Geschichte war Otto von Meißen. Hervorragend. Dann hat ja alles geklappt. Das ist erstmal schon wirklich ein kleiner Erfolg. Und es gibt Hochzeitsfeierlichkeiten. Ai, 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 ai. Das Reich, also die Grafschaft, erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Gräfin Ida eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ja, was ist das? Eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Also mehr als ein Jahresgehalt gebe ich auf jeden Fall nicht aus. Ich meinte, so teuer ist aber auch der Besuch im Freudenhaus. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Das klingt doch gut. Doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, wenn man eine Zusatzsteuer erheben kann, die das Fünffache, oder ich weiß es gar nicht, des Jahreseinkommens betrifft. Oh mein Gott. Das würde man tun, oder? Ja, natürlich würde ich es erheben. Wer bezahlt schon seine eigene Hochzeit? So sieht es auch. Also auch wenn er nicht gierig ist. Aber das ist einfach zu extrem. Das ist zu extrem. Und da stellt sich die Frage, ist das der Moment der ersten Investition? Was ist jetzt eigentlich die richtige Investition? Ein bisschen problematisch ist, dass ich natürlich jetzt nicht ausrechnen kann. Also was natürlich sich anbieten würde, wäre der Bau einer Stadt. Aber warum? Ja gut, wir dürfen nicht selbst führen. Das würde uns, es fehlen noch 247. Und der Weg zu 247 ist lang, bei 15 Jahreseinkommen. Die Alternative wäre hier die Bau des nächsten Gebäudes. Und da wir ja aufgrund unserer Kultur noch einen Entwicklungsschub bekommen, glaube ich, machen wir das lieber. Und zwar Jagdreviere. Die sind nämlich finanziell einigermaßen leistbar, bringen uns 0,2 Steuern, immerhin auf 50 Aufgebote. Und weil es jetzt gar nicht mehr auf die Stärke hier der Aufgebote ankommt, ist das auch okay. Ja, machen wir mal. 15 Monate dauert das Ganze. Oder 16 Monate, ehe das da ist. Die Frage ist, lohnt es sich? Oh, wir haben überhaupt noch nicht die Ratsaufgaben überprüft. Hier, das ist okay. Armee organisieren, würde ich sagen. Wobei andererseits, vielleicht ist es doch besser. Befehlshaber erhält Befehlshaber. Ja, ich meine, wir haben nur einen. Aber im Moment brauchen wir ja eh keine Truppen. Pass mal auf, wir machen mal lieber Befehlshaber ausbilden. Hier sind wir bei fremden Angelegenheiten. Das ist auch mehr als sinnvoll. Hier das, das, das. Okay. Ich gucke mal kurz. Mehr Entwicklung in Gemeinde. Lohnt sich das möglicherweise? Wie viel gewinnen wir durch ihn hier? 6 Prozent. Wir sind bei 1,5. Wenn ich jetzt mehr Entwicklung mache, wir machen das mal, gehen wir runter auf 1,4. Aber die Gebäudebauzeit reduziert sich um 15 Prozent und wir kommen mehr Entwicklung. Die Frage ist, habe ich mir schon mal gestellt, ne? 12 Monate, ja? Hat sich reduziert. Aber wir bekommen nur zwei Monate früher das und verlieren, verlieren aber 12 Monate 0,1. Das ist, glaube ich, kein gutes Geschäft, das ich hier mache. Ne, er soll wieder Steuern eintreiben. Das ist, glaube ich, das Bessere. So, Petition an den Lebensherren. Also, das tun wir nicht. Dazu sind wir einfach zu arrogant. Wir werden nicht uns vor diesem Kaiser jetzt hier hinknien und ihn um irgendwas bitten. Und die Nebenlinie will ich auch nicht erschaffen. Wir warten lieber, bis unsere entfernte Verwandte dort stirbt. Und was haben wir nun? Ah, warte mal. Wir müssen auch noch mal bedenken, dass unsere Frau angekommen ist. Hier passiert gerade einiges. Also, erst mal gab es einen Dynastie-Vorzug. Fruchtbare Lenden. Ah, unser Dynastie-Oberhaupt hat hier entschieden, wie es weitergehen wird. Lass uns das anschauen. Sippe. Fruchtbarkeit plus 10% und Anziehungsmeinung plus 5. Ja, ja, warum nicht? Okay, Fruchtbarkeit ist mit Sicherheit eine schöne Sache. So, unsere Frau ist da. Die haben wir noch gar nicht gewürdigt. Gräfin Ida von Straßburg. So nennt sie sich jetzt. 17 Jahre alt. Gott sei Dank, ich hatte gar nicht darauf geachtet, was ihre sexuelle Orientierung ist. Sie ist ja einem erst gut gegangen. Also, noch mal, sie ist mitfühlend, hinterlistig und nachsichtig. Beziehungen sind, würde ich sagen, solide, normal. Und wir schauen mal in den Rat, ob hier sie uns speziell helfen kann. Aber sie ist sehr, ich würde sagen, sie hilft uns allgemein. Ja. So, dann auch interessant. Der Kaiser hat begrenzte Lehnsautorität erlassen. Er kann jetzt Erbteilungsnachfolgerichte wechseln. Titel können aberkannt werden. Basallen können entzogen werden. Okay. Also, theoretisch könnten wir jederzeit kurz vor dem Game Over stehen, wenn der Kaiser auf die Idee kommt, uns einfach unsere Grafschaft wegzunehmen. Das ist jederzeit möglich. Bisschen schade um die lange Vorräte in diesem Fall. Aber was haben wir hier? Erholsame Beziehungen. In letzter Zeit lag die Last der Herrschaft stärker als gewöhnlich auf meinen Schultern. Und meine Mutter scheint dies bemerkt zu haben. Sie besteht darauf, dass ich den Tag in den Gärten verbringe und versichert mir, dass sie meine Verantwortlichkeiten in der Zwischenzeit übernehmen wird. Also, wir sind ungeduldig, unfleißig. Auch wenn das sehr lieb ist von der Mutter. Aber das ist jetzt... Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt hier bei drei wären, dann würde ich, glaube ich, sagen ja. Aber nee, machen wir nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für eine Pause. Und das bedeutet, uns hat es schon wieder gleich erwischt, oder? Oh my God. Und heimgesucht von der Vergangenheit. Ich sitze grübelnd auf meinem Thron. Die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herzen und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. Habe ich mir damals genug Mühe gegeben? Hat mein Tun Widrigkeiten abgewandt oder sie nur verursacht? Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen, wenn doch klar ist, wie sehr ich unter diesem Titel leide? Okay, so, schauen wir mal. Also unser Graf, der hat doch seine Probleme. Irgendwie muss ich mal sagen, sein Start in seine Herrschaftszeit verläuft nicht gerade gut. Ich würfel eine Eins schon wieder und die Lösung für alle Probleme ist einfach. Ach was soll's, ihr findet mich einfach im Hurenhaus. So, wir kriegen 46 Anspannung, aber sind zehn Jahre lang verloren in der Lust. Das ist ein moderater Gesundheitsmalus und minus zwei Ränkespiel. Nun gut, das ist also seine Lösung dieser Problematik. Und nun, aha, unsere Spielererbin und Tochter. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass meine Tochter und Erbin Heilwig viel Schabernack treibt, doch ihr Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer. Da wird einem nie langweilig. Rauf lustig ist sie inzwischen geworden mit ihren drei Jahren. Nun gut, neue Ansprüche von allen Possen, die ich schon erlebt habe. In Albrechts geistlosen Bemühen, meine Beziehung zu meinen Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiziell Graf Hermanns Anspruch auf die Grafschaft von Straßburg anerkannt. Was? Oh mein Gott, Graf Hermann und sein Nachbar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen. Ihr sollt mir Freunde verschaffen und keine Feinde. Oh mein Gott, dabei ist der doch gar nicht so untalentiert, oder? Gut, bei Herzog Berthold allerdings konnten wir uns ein bisschen einschleimen. Die Beziehungen sind deutlich besser. Ich denke, wir machen da noch mal weiter. Wir müssen, das ist ja auch schon wieder schlecht gelaufen. Naja, gibt es noch jemanden, der besser talentiert wäre? Ja, Michael, sag mal, Michael sieht aber auch schon aus wie ein Opa, der ist gerade erst 18. Ja, wir haben einfach keine Leute mehr und wir haben auch kein Geld, irgendwelche Leute zu holen. Ich meinte, wir kochen... Wollen wir jetzt mit unserem Bruder brechen gleich? Haben wir Gäste am Hof eigentlich? Ja, jeder Gast ist eigentlich willkommen. Aber jeder Gast kostet auch eine Menge. Also wenn es irgendwie ganz grandiose Leute sind, würde ich sagen, ja, aber so ein durchschnittlicher Typ für 20 Gold, mehr als ein Besuch im Freudenhaus, das ist jetzt die neue Währung im Übrigen. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Das ist es nicht wert. Hm, naja, muss ja wohl oder übel unser Kanzler bleiben. Und, aber ich meinte, er hat ja keine Verbündeten. Das ist jetzt keine ernsthafte Gefahr, oder? Was hat denn der überhaupt alles für Ansprüche? Das ist ja unglaublich. Hat auch Ansprüche auf das gesamte Herzogtum. Ja, und unsere Verbündeten sind mächtig. Ich hoffe, da wird nichts passieren. Gut. Dann können wir uns freuen, in einem Jahr haben wir Jagdgebiete und wir versuchen weiter Herzog Berthold von Kärnten zu beeinflussen. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reichs nach Klagen vorziehen, wo mein Verwandter Herzog Berthold residiert. Und Ortsansätze, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sich ja nicht schaden, dabei seine Meinung von mir zu verbessern. Ja, Gold werden wir mit Sicherheit nicht bezahlen. Das ist es nicht wert. So sieht es aus. Wow, es ist schon soweit. Die Jagdhütten in Straßburg sind gebaut. Ist das Jahr schon vergangen? Es verging so schnell, Leute. Damit steigert sich unser Einkommen auf unglaubliche 1,8 Gold. Ja, wir können gleich schon mal planen, was das Nächste ist. Ich denke, ich werde, ah, warte mal, wie sieht es jetzt aus mit diesem Entwicklungsfortschritt? Der müsste jetzt einen Schub bekommen haben. Ja, tatsächlich, wir sind auf 40. Mit jedem Gebäude, was war das, 20 oder 25? Ich denke, ich gehe jetzt wirklich auf Einkommen. Und das Nächste, womit wir Einkommen machen können, ist das Weideland oder Welle und Türme. Beides kostet 135 und ist damit noch weit entfernt. Wisst ihr was? Ich habe eine Sache noch vergessen, nämlich das Thema Mitgift. Aber hier sind es ja erst mal nur Verlobte. Da müssen wir aufpassen. Wenn die alt genug sind, dann müssen wir die Mitgift einfordern. Stopp! Stopp! Ich habe ja selber geheiratet. Oh mein Gott! Ich habe ja ganz vergessen, dass ich ja selber geheiratet habe und einen Anspruch habe auf eine Mitgift. Und nach meinen Regeln bedeutet das, dass ihr Vater, der jetzt aber allerdings schon gestorben ist. Ach du Schreck! Ah, warte mal, dann muss der Bruder blechen. Ja, nach meinen Regeln haben wir, oder war das der schon? Ja, ja, das war glaube ich schon der. Haben wir einen Anspruch auf von einem Grafen mit ein bis zwei Grafschaften 50 Gold. Und die werde ich jetzt einfordern. Aussteuer einfordern, 50 Gold. Vielen Dank nochmal an den guten Methusalem, der diese wunderbare Mod programmiert hat. Wir fordern die ein und das gibt uns natürlich jetzt hier neue Möglichkeiten hin. Wir sind dann doch gar nicht mehr so weit entfernt vom nächsten Gebäude. Gut, dass ich noch daran gedacht habe. So, aha. Wow, die Etichon-Dynastie ist weithin bekannt. Warte mal, sind wir schon... Warum werden wir jetzt gezeigt? Okay, aber sie ist immer noch da. 64, wie geht es ihr eigentlich? Schlecht. Och, Gräfin. Mal sehen. Befehlshaber verbessert. Hugo hat eine bessere Kriegsführung erhalten. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es wäre cooler, wenn eigentlich der Ratsmarschall selbst... Aber ich glaube, er kann sich nicht selbst verbessern. Insofern ist das schon in Ordnung. Wer weiß, ob wir hier demnächst mal zur Schlacht irgendwie in die Schlacht ziehen müssen. So, Berthold... Nein! Nein, wir sind krank. Oh mein Gott. Das Problem ist, dass wir keinen Arzt haben. Ja, wir müssen... Also in dieser Situation müssen wir jetzt einen Arzt rufen. Und das wird teuer. Ja, ich gucke mal, ob irgendjemand der Anwesenden in der Lage ist, das zu machen. Schlecht. Wobei häufig... Konigund ist aber zumindest ganz gut. Und sie ist wahnsinnig. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir einen Arzt finden. Aber das sind ja dramatische Ereignisse. Oh mein Gott. Und man stelle sich vor, wir sterben jetzt in diesem Moment. Die Brüder werden aber auch noch in der Erbfolge, ne? Naja, aber zuerst Heilwig. Die noch unverlobt ist im Übrigen. Diese Entscheidung wollte ich noch nicht treffen. So, mal sehen, was wir jetzt hier für Vorschläge bekommen. Hofarzt, ja. Also. 50 können wir uns nicht leisten. Inga. Doch, wir könnten uns beide leisten. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Also sie... Aber Leute, sie ist doch auch nicht viel besser als die, die wir haben. Sie ist eine Anstifterin. Ne, kommt. Passt auf, vergesst es. Beeindrucken kann mich da keiner. Genauso ist es. Dann können wir auch unsere Hoffrau dort. Wahrscheinlich irgendeine Marktkunigunde. Die ist wahnsinnig. Aber ja, okay. Können wir die auch zum Arzt machen. 0,12 Grundzahl R. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegt sie das hin. Auf jeden Fall ist sie belesen. Vielleicht hilft das irgendwie. Und nein. Bitte lass es jetzt nicht so losgehen. Es ging sowieso schon schlecht los. Wie ist denn allgemein unser Zustand? In Ordnung allgemein. Okay, dann geht es, glaube ich. Dann geht es, glaube ich. Gut. Unser Einkommen ist auf 1,7 gesunken. Aufgrund der Ärztin. Wir geben im Übrigen, das muss man auch mal so sagen, etwas überdurchschnittlich viel Geld aus. Für die Pekiniere. Man könnte sich fast überlegen, ob man ihre Größe etwas verringert. Aber das ist natürlich auch für ihn eine gewisse Prestigeangelegenheit, würde ich sagen. So, ist hier eigentlich irgendwas los? Okay, er hat sich mit den Ungarn verbündet. Durch Heirat von Prinzessin Adelheid. Warte mal, Adelheid. Welche Heirat ist das? Bertha? Irgendjemand in der Verwandtschaft? Warte mal, das will ich mal wissen. Durch Heirat von Königin Jutta von Ungarn. Ach, das ist eine Salien. Ah, seine Schwester. Mit König Salomon. Das ist der Grund. Okay, verstehe. Seine Schwester hat dort eingeheiratet. Ja, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wie viele Männer hat er eigentlich? 8.500. Die Ungarn 3.600. Naja. Gut, mal gucken, ob da irgendwann mal was Außenpolitisches passiert. Was Interessantes. So, jetzt haben wir aber ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit Herzog Berthold. Und wir können überlegen, ja, mit wem wir uns jetzt befassen. Vielleicht mit dem Herzog von Schwaben. Versuchen wir dort mal, uns auch einen guten Ruf zu verschaffen. In gewisser Weise. Das ist tatsächlich was, was wir offensichtlich ganz gut können. Mit Leuten anbinden. Aber ich wiederhole nochmal, das machen wir auf keinen Fall auf unterwürfige Art und Weise. Sondern wir treten ihnen gegenüber, als würden wir gleich zugleich reden. Oh mein Gott, okay. Also unsere Ärztin hat ihre Sache gut gemacht. Sie darf weiter arbeiten. Wir zahlen ihr das Salär. Wir sind nicht mehr krank. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Ich bin froh, wieder wohl auf zu sein. Sehr schön. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, und wir können den nächsten Lebenswandel freischalten. Ich habe mir das nochmal überlegt. Ich wollte eigentlich hier erlaucht weitergehen. Aber ich habe mir die Sachen nochmal angeguckt. Die sind eigentlich alle nur relevant, wenn man schön einen größeren Hof hat. Also, Prestige pro mächtigem Vasall. Ja, Schrecken. Ja, okay. Aber Praetorianer, gerade Ritter haben wir nicht. Vasalisierungsangebotannahme. Das ist für uns völlig irrelevant. Also, ich denke, das passt doch nicht so ganz, zumindest was diese einzelnen Perks betrifft. Ich wechsle also doch rüber zu Diplomat, was man mit ihm ganz gut machen kann, denke ich. Also, er ist zwar arrogant, aber offenbar hat er ein Talent, vielleicht, also erlebt man auch manchmal, ne? Leute, die arrogant sind, haben auch gleichzeitig durchaus ein Talent, irgendwie doch klarzukommen mit anderen Menschen und sich doch irgendwie gerade aufgrund ihres Selbstbewusstseins in bestimmte Kreise hineinzuquatschen. So, das würde ich es mal bezeichnen. Meinungszuwachs durch Geschenk schicken bringt uns vermutlich auch erstmal nicht sehr viel. Ich schaue mal kurz. Ja, defensive Verhandlungen. Das ist natürlich ganz cool. Kann ein Bündnis ohne Heirat vorschlagen. Das kann richtig hilfreich sein. Spracherwerb ist für ihn vielleicht nicht so relevant. Oder doch Familienhierarch. Oder wir machen einfach so eine Kombination. Kommt, also defensive Verhandlungen sollten wir vielleicht mal angehen. Dann machen wir das, wo überlegt. Gut, wir sind schon bei 126 Gold. Okay, bei 135 schlagen wir zu. Aber was ist mit unserer Frau? Die könnte doch auch mal langsam schwanger werden, ne? Nur Zeit hier. Sie ist schon 20. Und wir 22. Gehen wir zu oft ins Freudenhaus. William, der Eroberer. nimmt die englische Kultur an, ist nicht mehr normannisch. Also er hat Erfolg, er hat seinen Beinamen aller Ehre gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt erst den Beinamen bekommen hat. Wahrscheinlich. Habe ich noch nie darauf geachtet. Vorankommen. Vorankommen. Oho, was ist hier los? Sowohl Protestat Giacinto von Ancona, als auch ich genießen hohes Ansehen bei unserem Lebensherrn Kaiser Heinrich. Ist das so? Ich hätte gedacht, die lachen über uns. Wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln Ehre und Reichtümern geht, wird einer von uns immer erster und dergleichen sein. Wie bitte? Ich habe noch überhaupt kein Reichtum und Titel vom Kaiser bekommen. Wartet mal. Der ist aber, okay, der ist auch nur ein popliger Graf. Weit weg im Übrigen. Aha, aha, aha. Wohlstand schaffe, habgierig. Okay. Aber er ist auch direkt der Vasalle. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der uns jetzt beide hier ähnelt, in dem wir uns ähneln. So. Die anstehende Zusammenkunft in Klingenberg. Oh Gott, wir müssen wieder zum Kaiserhof. Bietet mir die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Gunst vom Kaiser mir gehören wird. Na gut. Mit meiner goldenen Zunge sollte das hier ein leichtes sein. Uh. Es gäbe die Möglichkeit, ein schwaches Druckmittel beim Kaiser zu bekommen. Okay. Ich werde anschaulich darlegen, dass die höchsten Mächte stets auf meiner Seite sind. Das ist also Bildung. Hier geht es um Diplomatie. Oder wir Vasallen sollten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Ne. Das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, da ist er einfach zu arrogant für solche Aktionen. Hier ist es ziemlich eindeutig, dass wir das hier tun werden. Die Frage ist, wie wird es ausgehen? 72 Prozent. Jawohl. Jawohl. Großartig. Der Kaiser hat, okay, also das ändert jetzt ein bisschen die Lage. Also der Kaiser hat jetzt gemerkt, ja, der Typ ist vielleicht doch nicht so peinlich. Vielleicht fand er es auch ganz sympathisch, wie unser Graf dort aufgetreten ist. Einfach, weil es ihn amüsiert hat. Und wir haben ein Gefallen bei ihm. Oh mein Gott. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir könnten einen Ratsposten verlangen. Hoho. Hm. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir, finden wir jetzt, also es gäbe ja noch die Möglichkeit, doch dort eine Petition einzureichen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Gefallen dort auch nutzbar wäre. Das wäre eigentlich cool, wenn man über, wenn man mit Hilfe von Gefallen Petitionen wirklich sicher machen könnte, weil dann würde zum Beispiel der Kaiser uns hier eine Stadt finanzieren können. Das wäre auch großartig. Aber ein Ratsposten ist natürlich auch der Hammer. Boah. Ja, Leute, was für ein wunderbares Ende dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Vielleicht ist unser Graf doch ein kleiner, doch nicht so ein Pechvogel, wie wir bisher dachten. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.